Heiße Tipps für kalte Winter. Damit du in deinem Wohnwagen auf warme Gedanken kommst, hilft dir dein Team Weinsberg bei der Heizung und dem Warmwasser. Und das in unter zweieinhalb Minuten. Für angenehme Temperaturen auch an kalten Tagen ist dein Wohnwagen serienmäßig mit einer Gasheizung und zusätzlichem Warmwasserboiler ausgestattet. Um die Heizung zu betreiben, brauchst du Gas. Wie das funktioniert, haben wir dir in der Videobeschreibung verlinkt. Ist das geklärt, öffne das Gasventil am Verteilerblock. Aber nur, wenn du es brauchst. Denn das Gas unverbrannt verströmen zu lassen, ist brandgefährlich. Jetzt kann's losgehen. Am linken Drehknopf kannst du die Temperatur auf die gewünschte Stufe stellen. Lass dich vom Klicken nicht erschrecken. Das ist die Piezo-Zündung, die vollautomatisch die Heizflamme entfacht. Wenn es nicht gleich klappt, warte drei Minuten, bis du es erneut versuchst. Wegen der Verpuffungsgefahr. Stelle anschließend das Umluftgebläse auf die gewünschte Stufe. Damit keine Brandgefahr besteht, darfst du die Warmluftschlitze der Heizung bei Betrieb auf keinen Fall bedecken. Wenn es dir mal zu heiß wird, bringe den Bediengriff des Thermostats in die Nullstellung zurück und schließe das entsprechende Ventil am Verteilerblock. Ventile schließen, Fenster öffnen. Mehrmaliges Stoßlüften ist wichtig, damit sich keine Feuchtigkeit bildet und somit Schimmel vermieden wird. Für warmes Wasser muss das gleiche Gasventil am Verteilerblock geöffnet sein, damit der Warmwasserboiler seine Arbeit aufnehmen kann. Der Frischwassertank darf natürlich nicht leer sein. Aber das weißt du natürlich schon, wenn du unser Video zur Wasserversorgung gesehen hast. Falls nicht, haben wir es dir hier nochmal verlinkt. Die Wasserpumpe muss ebenfalls eingeschaltet sein. Jetzt werden alle Wasserhähne in Warmwasserposition geöffnet. Lasse die Wasserhähne geöffnet, bis das Wasser luftblasenfrei austritt. Wenn du ein CP-Plus-Bedienpanel hast, kann die Warmwasserversorgung und die Heizung zentral mit nur einem Klick gesteuert werden. Alle unsere elektrischen Modelle wie der Carasito sind serienmäßig mit einer Klimaanlage ausgestattet. Achte darauf, dass Heizung und Warmwasserboiler in den kalten Monaten deutlich mehr Gas brauchen. Deshalb immer an eine Reserve denken. Wir hoffen, du bist jetzt Feuer und Flamme. Dein Team Weinsberg wünscht dir eine gute Reise und eine tolle Zeit mit deinem Caravan.